Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, euer Herr Schuhu. Heute zeige ich euch, wie ihr leckere und lustige Brotgesichter herstellen könnt. Schaut euch einfach das Video an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und eine leckere Brotzeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Herr Schuhu. Bis zum nächsten Mal.